So, und willkommen zum Secret Level. Ähhhhh... Was jetzt? Jetzt bin ich raus. Genau, doch hier und dann klack, klack, boom. Armory. Schick ein Armourfilm Level, vielleicht ist das für ein Monitor. Wir werden erst sehen. Genau, Puder Nummer 1 und ganz schnell nach links laufen, er nach rechts. Aber hat aber funktioniert. Danke, haben wir bereits. Schicker Rückzugspunkt hier, ist nice. Taschen brauchen wir nicht, hier ist hell. Oh, Alter. Ach! Oh! Oh! Sieht erstmal sehr übersichtlich aus. Brauchen wir alles noch nicht? Fuck! Ab in unser Versteck! Und mal sprechen! Holy moly! Hier geht's ja ab! Hier auf Weihnachtsfest! Ja, bringt euch gegenseitig um ihr Vollposten! Goddammit! Ich hab mal die Polizei erlaubt! Oh! 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 Vollidioten! Wow! Voll weg! Oh! 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 Oh oh! Oh! und kann fragen haben wir gerade auf dem exit raus 0 so wir sollten mal die schrottflände benutzen okay dann wechseln wir mal auf hier so gut darum ist ein raum ist jemand drinnen nicht so aus alles andere ist geschlossen so 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 erst mal entspannt wo ist die Glotze so oh, guck mal da rauf jetzt gibt es in einer Secret Map nur ein einziges Secret, das ist ja eher traurig gut, dann geht es wohl hier weiter ich gehe doch mal hier wo bin ich der jetzt? Hä? Alter, wieso war hinter mir einer? Ich habe doch gar keinen hinter mir gelassen scheiß Opfer ne geöffnet hat sich ja auch nichts, oder? ne wo kam denn der Imp her? ne ich werde ja noch paranoid ja, alles zu hm, prospekt was was ach, der kam von Wasser leck mich was machen die da hinten? was, lieber hört doch mal auf euch alle gegenseitig tot zu schießen ist doch nicht mehr sportsfreundlich hier danke so, gucken wir mal hier weiter also für das Secret Map ist es echt immer sicher, schön linear gehalten und wenn ich grad so ein Spektrum auftaucht auch relativ einfach ja aha oh brauchen wir noch nicht brauchen wir noch lange nicht das sieht mir aus wie eine Falle wah äh oh Alter oh das ist das einzige problem was man hat wenn man dumm und erlte von dem und guter gleichheit gespielt also abwechselt man vergisst immer wieder das nachladen das ist so nervig weil ich da rgb rgb technik so jetzt rot grün blau rgb äh da komm ich hoch so dann speichern mal und das ist wirklich extrem übersichtlich gehalten wow ich glaub ich hab den schenkerner gehört ähm den ab weiter hoch kann ich nicht und jetzt noch mehr oder was hallo so stelle ich mich bei dhl oder bei amazon vor auch nicht auch nicht die letzte tür da ist natürlich da wahrscheinlich habe ich darauf vertraut dass irgendjemand nach den ersten menschen keine lust mehr hat durch dass irgendjemand nach der ersten durchschrungen kein bock mehr hat und dann fragt es direkt aufgibt nach den ersten meintüren und dann damit das secret übergeht dachte ich war schon diesen gegner aber der ist ja bereits tot so wo war die andere der andere rucksack wo war noch ein rucksack achso hier hinten da da dann gehen wir auf dem rückweg alle rucksäcke ein oh finden wir bloß noch zwei gegner wo mögen die bloß sein ah fuck wollte ich so noch gar nicht ich glaub ich so erstmal die gegner und hol mir jetzt endlich richtig Sachen ok gut gut jetzt haben wir alle gegner jetzt kann ich die restlichen Sachen holen und dann ab nach hause so waffen sind alle privaten tja viele waffen habe ich noch nicht vor allen dingen habe ich keine einzige sonderwasser hier bekommen in der map schade eigentlich ich dachte in so einer tippe selbst privaten neuer waffen wurstekuchen angearscht wurde ich das wars ja ok ok das wars denn ich glaub mal für heute ja doch für heute macht feierabend ist schon halb fünfe draußen schon dunkel ich mach für heute mal feierabend und konvertiere lieber erstmal wieder der rest folgt alles denn morgen wenn überhaupt vielleicht auch jetzt wieder in den weihnachtsferien denn also am nächsten wochenende mal schauen bis dann tschü du